Hey, hey, hol ich's jetzt in einem kleinen Letzt-Test zu. Oh, shit. Pithos als Dream. Heißt das das Spiel? Und es erzählt die Geschichte von einem kleinen Jungen, der quasi sein ganzes Leben bis zu seinem Umfall mit dem Hund verbracht hat. Und das Ganze ist von, müsste ich kurz nachschauen, wie heißen die dann? Die heißen Psylo Cyber Games. Psylo Cyber Games, genau. Und ja, ich verlinke euch die ganze Geschichte auf Twitter. Die haben mir den Key vorigentlicherweise zur Verfügung gestellt. Und ja, die haben bald auch noch eine neue Kickstarter-Kampagne zum Spielen. Und das, ja, vorkommst du auf Twitter, link in der Beschreibung. Und ja, da haben wir geschaut, was uns heute so erwartet. Einen kleinen Test. Der Hund träumt von besseren Zeiten, wie es aussieht. Choose den Hund. Ja, nämlich schon den, der quasi hier auch in der Vorschau war. Ich hab da mal in der Haus Bamboo hier. Okay. Ah, das ist ein Jump'n'Run. Hm, okay. Bart is a good boy. I was so happy, I thought. Aber stuck here all I know. Forever. I wish we could get out. Any ideas? The fridge. Okay, let's find it. Ich glaube, es ist ein Jump'n'Run auf jeden Fall. Und ich glaube, wir müssen noch aufpassen, was wir machen. Was stand da? Press Jump Overhead und to save. Ah. Okay, okay, safe. Ich hoffe, wir haben ein bisschen geholfen. Oh, das Rutsch ist, das stimmt. Jetzt so wieder, da kann ich flow so laut. Aber kann ich nicht schon erfüllen. I feel like it goes. I feel like it goes on. And while I lose. I don't know. I don't know. I don't know. Ich bin nicht bang, deswegen. Das geht's bang. Das�� underscore. Was ich nicht sagen? Mei... Also den sieht man nicht so leicht. und das ist schon wieder vergisst geworden. Es ist schon wieder vergisst, dass der Floor Sniperer ist. So Fuck So What? Okay, das wird schon besser Okay This place is strange no matter how far I go I was in that That you're here to lead the white doggy Be careful with the steering wheel Don't seem very stable They don't seem very stable Ah Oh Na toll Ich hasse das Oh man Das ist nicht einfach Oh shit Das war knapp Das ist echt nicht einfach Aber es macht Spaß Na gut Mein Muskel hier so Verdammt Das ist alles sehr Liebevoll gemacht Das ist ja Oh man Toh So Can I just try it out If I'm not doing a favor I'll just put them in the check Okay, wir spawnen wieder, dann machst du ja nicht schafft. Okay, die gehen noch. Herr, wie schnell dir runterfallen. Okay, that rope is the only way up. My memory is all fuzzy, but... I remember you love playing with toyrobes, am I right? But this shouldn't be a problem. Go get it, boy. Ich speichere mal hier. Up-down-buttons, let you climb the rope. Okay. 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 Ich mag jetzt noch irgendeine Spiele, die haben so einen Unique Charme, aber einfach... Ich weiß mal. Das ist auf jeden Fall, dass ich schon länger nicht mehr gesehen habe. Oder noch nie gesehen habe, sag ich besser. Okay. Das heißt echt süß für den Grund. Das ist ein Spitzmacher. Ich bin jedes Mal zum Checkpointons. Ja, das war gut. Ich weiß ja, das ist ein Spitzmacher. Okay, das muss ich erst einmal sagen. Ich kann das nicht mehr sehen, wie ich es schon mal sehe. Ich kann das nicht mehr sehen, wie ich es schon mal sehe. Wenn der Tisch nervt, ehrlich gesagt, sei es, wenn man nicht schafft, weil es der Tisch ... Okay... ... ... ... ... ... Oh shiit Das mag war es Okay, da wende ich weg Marvelous Remember how you ate a whole cheesecake Last christmas I know you have Just looking I'm just joking I remember was allowed I remember It's trouble So, thank you Verdammt We have a few We have to look at the We have to look at the We are to look at the Oh, das war gut. I feel weak every second. We should hurry. Remember how we bounced off the bed? We will laugh. Training is about to pay off. Yeah. Nice. Oh shit. Okay, hold on. So schön. So knapp. So knapp. Let's spam und du wieder mit. So knapp. Oh shit. So is mine. Außer der Huppenstaubs. Das ist natürlich nicht so geil. Hä? Ist da so weit gesprungen? Auch. Oh. 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 Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich sollte hochklettern, oh Mann. Verdammt. Okay, nice. We're getting kills, but it's also getting water kills. I've seen your mortal enemies here. Grape tomates, I think. So, chocolate and grapes kill dogs. Oh, it's chocolate. Oh. 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 Oh, I need it. Oh, I need it. Oh. Oh, I need it. And it's going to take my side because of the... Oh, I need it. Oh, wow. Musik Musik Okay, die schießen also beim Tor Musik 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 Aber dafür muss ich da dann rüberbringen. Alles klar, das ist so gewollt. Alles klar. Hier wird es schon bald so nacht. Und hier wird es auch schon schwierig. Aber, wie man sagt, sie stehen lassen, das ist ganz gut. Und zwar, ich glaube, ich habe den ersten Eindruck bekommen. Also das Spiel ist quasi ein Spiel über zwei Westerfälle, der Mensch in Europa durch ein Auto gefahren ist. So. 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 So.